Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit Stranded Alien Dawn. Stranded Alien Dawn, der Film. Weiter geht's. So, wir haben... Oh, ist alles sogar einmal gebaut worden. Warte mal, haben die jetzt... Aber automatisch angezogen haben sie nichts, ne? Ähm... Strohhut. T-Shirt. Sommerhose. Sehr gut. Und, wie sieht's aus? Sehr gut. Ja, er hat's ja gebaut. Ach, guck mal, was denn... Raumschiffjacke. Nichts. Wir brauchen noch Schuhe, stimmt. Sommerschuhe. Zum Mittelalter Schuhe. Turnschuhe. Stiefel. Haben einfach nur Turnschuhe, oder? Sehr gut. Wir müssen die alten Sachen noch, äh... Verschrotten. So. Raumschiffjacke. Auch weg damit. Was sind die denn da? Achso, er hat die, äh... Sachen zerlegt. Unterkühlt, weil... Ja, gut. Klirrend kalt, weil er nicht mehr so viele warme Sachen anhat. Ja, aber der kriegt doch einen Hitzeschlag dann. Ist jetzt Winter, ne? Gut, ich meine, wir können ja Jacken machen. Leichte Jacken wenigstens. Ich fang jetzt mal... Ich bleib jetzt erst mal bei den Basics. Ist vielleicht besser so. Gleich. Die Wärmepumpen fertig. Das ist doch super gut. So, Elemo. Sehr schön. Ich bin stolz. Aber dann... Da haben wir die Pfeilen davor. Und dann brauchen wir noch... So einen Flammenwerfer, will ich wieder haben. Das war super. Brauchen wir noch einen Turm direkt. So. Jetzt wollen wir wieder 20 Zement. Ach, sind ein paar mehr Sachen fertig. Sehr schön. Und weg damit. Ich... Ach, dann ist den lieber mal kalt. So, Wärmepumpe. Äh, Licht und Wärme. Klimaanlage. Da ist es doch. So, und die können jetzt einfach hier rein, ne? Warte. Da muss das Fenster eben weichen. Rollläden schließen. Das ist aber jetzt kein Loch in der Wand, ne? Ne, das ist bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Äh, nee, warte. Das muss nach draußen? Ne? So. So sind Klimaanlagen. Ich kenn das doch. Und der rote Fall muss nach draußen. So, eine Klimaanlage sollte für das alles reichen. Wenn die dauerhaft läuft. Destillation erforscht. Okay. Forschung bleibt, dann ist man weg. Nicht spiegeln. Wollen wir auch mal ein Pflanzenöl. Ich glaub, Pflanzenöl brauchten wir für Spritz. So war das doch, oder? Wollen wir Bio-Treibstoff herkriegen? Bin mir nicht mehr sicher. Unterkühlt Kater. Ja, ist echt ein Problem. Aber, was soll ich machen? Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los? Wir brauchen ein Notstromaggregat. Ach, guck mal, jetzt kommen so zwei Heuschrecken. Und die kämpfen gegen Landen. Ne, warte mal. Was gibt's doch nicht, Kater? Was ist denn hier? Lauf, du Opa! Oh Gott! Da ist eine riesen, äh... Dingens... Ja, so was gibt's irgendwo wirklich. Also, brauchen wir uns gar keine Vorstellung machen. Alles gibt's irgendwie. Dingensbedrohlich unterkühlt? Oh Mann, ich glaub, wir brauchen echt wärmere Sachen. Ja, aber das musst du noch fertig bauen. Nein, nein, nein. Du gehst jetzt mal schön ins Bett. Ähm. Da. Was haben wir denn eingestellt? 24 Grad. Zieltemperatur ist schon ein bisschen warm. Na gut. Wursch. Ach krass, jetzt kommen die auch noch. Ich glaube, ich werde mal... ...das Feuer... ...bewegen hier rein. Und wir es hier schön warm haben. Weil sonst zerfrieren wir da wirklich alle. Dann hab ich jetzt gar nicht gedacht. Ich will abbrechen. Geh wieder zurück. Ach, da kommt schon eine. Scheiße. Lauf! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Soll ich doch da hochklettern Die ist nämlich übel Ich glaube die waren richtig übel Ich muss aber hier abspeichern Das ist nämlich sonst Zu riskanto Willkommen zurück Es geht weiter Ich hatte leider einen kleinen Crash Ich weiß jetzt gar nicht genau Was alles weg war Was wir hier haben Das ist ein Autosave Aber ich wollte jetzt nicht Eine neue Folge anfangen Und dann von hier sagen Oh ich habe die Aufnahme verloren Das ist die eine Lösung Lebensbedrohliche Unterkühlung Ab da waren wir So lieber Kevin wollte ich sagen Kater Willkommen zurück zu Gestrandet Alien Morgendämmerung Die Alien Morgendämmerung Komm geh schlafen Besser ist das Hol ich auf Im Kunststoffbett Wunderschön Schön in Plastik Einnullen Aber ja Ich meine Selbst Kunststoff Kann ja gemütlich sein Oh Gott Nein Kann es nicht Ich meine So Kunststoffklamotten Ist halt nicht so Bequem Destillation So Also wir kommen damit Nicht zurecht Das reicht nicht aus Anwärme Das ist blöd Wir sind zwar in der Wüste Aber Wüsten können auch Verdammt kalt werden Sommerhose T-Shirt Turnschuhe Ja wir brauchen Noch der Tierangriff Sind schon einer da Ne ne Eins Zwei Drei Äh Waren da jetzt Irgendwelche Aufträge am Laufen Ne oder Aha Weg Dann geht auch keiner mehr hin So sehr gut Gut Dann brauchen wir halt Die synthetischen Klamotten Wie viel haben wir denn von Ach krass Der will das dafür benutzen Das gibt es aber nicht Das gibt es aber nicht Bis Eine So das kommt jetzt erstmal Ganz nach oben So Ich glaube das machen wir erstmal Ausschließlich oder Ich meine die Hosen haben ja auch schon Ja Bis eine Außer der Strohhut Dann machen wir die Sommerhose weg Das T-Shirt Halt Oh Gott Das ist schon Alarm 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 Ich muss das hier noch ein bisschen Ist ein bisschen Ich hab Wir haben sich wieder welche Übers Tröten beschwert Ne Extra für euch Einen Trompeten-Solo Wir haben ein Problem Alarm Alarm Ne es ging auch so ne So Schließen 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 Ah scheiße Warten auf Schließung Abbrechen Metalltour Erledigen Ne Ne Es ist falsch rum Es ist falsch rum Ich raste aus Alle in die Turme So jetzt aber Da kommt noch Ken Ken Ich komme Oh guck mal wie viele Käfer da sind Das ist natürlich doof alles Hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus Nur ein doofer Bug ist ein toter Bug Dass das Torfall kommt Das wusste ich gar nicht Ist es das wirklich Gucken wir jetzt mal Toll ne Da kommt einer hinter dir Ken Achtung Schieß Kater Sehr gut Sehr gut Aber Aha Geht doch Ach das Feuer Wollten wir doch hier Alter Nein Geht das von da Aha Guck mal wie geil das so aussieht Fehlt aber noch einer Da kommt er Nein Nein Die essen meinen Garten Das gibt es doch nicht Wir sind aber noch nicht fertig Genau Greif den anderen Turm an Okay Vielleicht doch Tür auf Angriff Das geht wohl doch nicht so gut hier Schade So viel zu unserem Bunker Aber er ist trotzdem wichtig Wir reden uns dann einfach gut Guck mal die wollen irgendwie gar nicht Ist alles egal Aha Guck mal die müssten die sogar Jagen Bleib stehen Du elender Mistkäfer Glendatu ist ein scheiß Planet So bleibt aber Starship Troopers und Käfer Platt machen Gibt nichts besseres Als im Vergleich Jedes Mal zu benutzen Es wird auch nie alt Ne Manche fühlen sich vielleicht so Reicht doch mal Welt Aber die Leute sind halt langweilig Die haben keine Ahnung Kein Geschmack Gucken wahrscheinlich auch Barbara Salisch Oder so Oder Dschungelcamp Nein das ist nicht lustig Das ist nur eine Ausrede dafür Dass es einem gefällt Weißt du Das ist so wie Zu sagen Gute Zeiten Schlecht Okay ist tut mir leid Der Leute den gefällt Das Ne Ich bin ruhig Da musst du mal ein bisschen aufpassen So wie viele Käfer Sind es noch vier Das Problem ist man sieht so wenig Bei dem Spiel Aha Ich selbst Ich sehe ja wenig Das ist so Das Problem bei dem Spiel Weil sich Sachen halt Nicht so gut abheben Von anderen Das liegt aber auch daran Dass es einfach kaum Anti-Lasing gibt Das merkt man halt sofort Es sind noch zwei Käfer Wir lassen das jetzt mal mit dem Alle mal zurückkommen Warte mal So wir wollten noch das Notfallding Bauen da siehste Ah guck mal Jetzt können wir es wieder reparieren Sehr schön Soviel zum Thema Strom Selbstheilen Das gibt's doch nicht Kater mach das mal fertig Ah Und es war Strom in der Finsternis Den brauchen wir halt für Notstrom Dafür ist er da Verschwendung meines Erachtens Was ist das Ding Aber So da sagen wir direkt Zwei auf Lager Damit auch direkt Die nächste produziert wird Da ist er Ist er doch Da ist er doch Einer der scheiß Käfer Sehr gut Ist noch einer übrig Wo auch immer Da ist er Am Baum am Nagen Ich raste aus Der wächst wenigstens Sehr schön So dann brauchen wir die Käfer Natürlich Schlachten Und die Käfer Auch Guck mal Macht Punkte Obwohl keiner drauf geschossen hat Das Gute ist Das Insektenmeat Ist dann jetzt auch immer Eingefroren Insektenfleisch Genau Da können wir direkt noch mehr davon machen Wieviel haben wir von dem Insektenstoff Oh Nichts mehr Das ist noch ein Hut Wer hat denn noch Äh Kater Kana Karzina Hol dir einen Strohhut Los Der hält bestimmt auch warm Genau Schöne Insektenfleisch Springen 30 wieder Sehr gut Ja Lebensbedrohliche Unterkühlung Aber bald ist fertig Kater braucht das auf jeden Fall Weil der ist echt weit unterwegs Kana kriegt mal Regelmäßig einen Nervenzusammenbruch Dekorationen Miesesuppen und so haben wir auch Dienst zur Lage von rohes Essen Und gekochten Mahlzeiten Geformen Zustand Verhindert verfolgt von rohes Leesgerät Benötigt Strom Ich meine Vielleicht machen wir es trotzdem mal Also wir testen es mal aus Okay Ich mach mal hier Leer lassen Und hier machen wir Einfach gekochtes Essen rein Mal gucken mal Es müsste eigentlich genauso gut gehen Äh genau Insektenfleisch darf jetzt nicht mehr mitgekocht werden Genau Schnelle Rezepte Es ändert aber gar nichts Oder hier Zutaten Insekten Genau So was mal Fleischsuppe Kann ich den nochmal editieren Aha ja Insektenfleisch raus Saftkaktus Ja Jetzt gibt es halt leider noch mal Insekten Dingen Aber Ah ne Hat er hierhin gebracht Sehr gut Sehr gut Na jetzt macht er So ein So ein Haben wir denn jetzt wieder so eine Jacke fertig? Haben wir denn so eine Jacke? Aha So Kater Komm mal her Zieh die dir an Ist egal Und dann machst du hier weiter Ja wir machen einfach nur noch die synthetischen Sachen Das ist halt besser Wir müssen uns ja keine Sorgen um Insektenzeugen machen Wirklich nicht Ne Ich glaub das Ah das müssen wir auch mal studieren Achso siehste Pflanzen müssen wir machen bis Äh Keine Ahnung 30 40 50 Das war das was wir brauchten Ne Jetzt die Turnschuhe Gut Turnschuhe Turnschuhe Kann ich das auch bestimmen? Das soll kein synthetische Textil rein Weil bei synthetischer Weste geht's nicht anders Aha Aha bei der Hose Ach das ist die synthetische Hose Ne das ist richtig Entdeckung Gierschlund Die Truppen Die essen Steine? Ja wie gesagt Wir bleiben erstmal bei keiner Forschung Mh Ich würde gerne bei Ich würde gerne zu Generatoren wieder wechseln Notstrom Generatoren haben Wir brauchen auch Sprit zum erkunden Pflanzenrüstung Heulwürste X Die ist zwar so lustig Heulwürste Machen wir erste Hilfe Kästen Unsere Insekten fetten Ne wir machen gar nichts Wir brauchen die Wir brauchen gerade Die sollen arbeiten Es repariert alles Das ist gut Ähm Dekorationen Wären mal schön glaube ich Wo wir jetzt sowieso Nur so ein bisschen nebenbei machen Das mit den Tieren Muss noch warten Dartscheibe Ach ja Wir brauchen den Vergnügungsraum Das ist halt auch wichtig Und Steine haben wir eigentlich kaum noch Ach ja 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 Ähm Ich hoffe das hält jetzt auch Machen wir den erstmal aus Ne Das müsste eigentlich auch gehen Jetzt reißen wir den einfach ab Und lassen alles im Hast du an einem Tisch Blablabla Ist doch alles gut Schluck auf den Fall Überfressen Schliefen Schlafen Okay weg damit Wir brauchen nur noch den Gefrierer Krankheit kennen Das ist aber nicht so gut Alles dabei Sehr gut Wir haben auch Antibiotika schon gemacht Oder? Das sollte doch hier alles rein Ich hatte das doch erforscht Oder nicht? Ich bin ein wenig verwirrt Achso im Gärfass Genau In der Gärtonne Und dafür brauchen wir Okay Äh das war aus dem Aus diesem Gras Ähm Was war das hier? Getreidegras Da brauchen wir da jetzt auch noch was von Ja minus so und so viel Wachstum Egal Hier kommen nur Bäume hin Aber die könnten doch ruhig ein bisschen dichter wachsen Oder? Meine Güte So Ich weiß jetzt nicht Irgendwann müssen wir jetzt hin Äh Hauen Damit die Folge vollständig ist Und ich würde sagen Bis zur nächsten Folge Stranded Äh Alien Gestrandet Äh Alien Morgendämmerung Haut rein Leute Ihr seid die besten Adios 125 5 ARD 8 9 11 90 50 30